Moin Moin Kameraden. Wir sind eben nirgendwo mit dem Basti, mit dem Luca, mit dem Lukas und wir fahren jetzt Fahrrad und geile Trades. Ich will gar nicht lang rum schnacken. Auf geht's. Viel Spaß. Welcher Einstieg ist denn das? Ich mache kein Spirenz hier. Schön Basti, schön Basti, schön Basti. Sehr schön. Es war doch ganz gut. Linienwahl. Weiter Jungs. Oh, Gürlini Basti. Oh, Gürlini. Aua. Aufgesetzt. Oh, nein. Ich habe jetzt keine Lust drauf gehabt. Da hättest du besser Insight fahren können. Aber alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Ja. 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 Boah, Basti! Alter, das war los. Das sah wild aus. Jetzt ist man aus dem Pedal gerutscht. Basti macht wieder Basti-Sachen. Nee, Rudi-Sachen sind das ja dann. Jetzt kommen wir wieder auf Speed. Okay, das war blöd. Ich war hinter dir. Das sah wild aus. Das war's. 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 Ich hab den Baumschlumpf nur abgetroppt, weil ich echt nicht mehr wusste wie es wäre. was da hinten aussieht Auaauauauauau oai Junge was denn hier oh Lukas, das war eine scheißidee Lukas das war eine scheißidee ich weiß nur, dass das steinig wird hier, mehr habe ich nicht mehr in Erinnerung passt die auf vor den kaputtere Arme das war die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020